Jo abonno Kick! Herzlich Willkommen zu mal einem Video von mir und ich spiele heute eine Runde AG mit dem Snowticate der auch gerade schon unter mir rumläuft und cannts du immer Hallo sagen? hallo und Wir spielen... ja ich verschő heute mein 50. 9 Victory zu holen also ich hab 49 podcasts a坐 sup? und yes! Mal schauen was so gehen wird ja ok, dann bleib halt die ok come on, kommen wir zum ersten Fight Irgendwie dünn von ihm. Das wäre echt nicht so schlau von ihm. Da fahr' ich zu... ...deckst du ihn? Ja, wenn er nicht so lag'n würde, wär's ein bisschen einfacher noch, aber... ...müsste auf jeden Fall gehen. Okay, jetzt müsste ich ihn gleich haben. Okay, der Recraft war gechockt. Ich halte jetzt gegen diesen Raffen-Abuse oder so. Okay, nice call. Tomatenmark! Achso, Leute, für wen es auf jeden Fall grad interessiert. Ich spiel' mit der 1-7 einfach mal zum Testen, ob's ganz cool ist. Und ich bin jetzt... hab' ihn gewonnen. Äh, geholt. Okay, er rennt weg, ich hab' ihn gewonnen. Ich hab' ihn gewonnen, ich schwör! Ich glaub' schon. Oder? Okay, kommen wir zum nächsten Fight. Rattler-Abuse. Er ist nicht so gut, ich hatte jeden schon fast gehabt. Come on, bruh! Stimmt, du hast es nicht aufgesammelt. Okay, ich geb's dir nach der Runde, wenn du das kriegst, wär's gut. Okay, alles gut. Sonst hab' ich ein Problem. Oder du eher gesagt. Okay, GG, hab' ich ihn. Hier. Okay, dann haben wir... ist mein nächster Fight? Okay, der Typ hat anscheinend nichts. Ah, der tankt jetzt noch. Okay, come on. Okay. Weil wir einfach... Wenn's ein Full Iron ist, dann können wir ihn zertieren. Warte, ich. Okay, boah, erst mal gucken, was du... Warte, ja, der hat Eisen, ich kann dir nichts Schönes machen. Ich muss gucken, ob ich den jetzt erstmal hole. Ach nee, da ist jemand. Der hat ein Eisenschwert. Was macht ihr bitte? Konzentration. Konzentration, ey! Nein. Ich hab'n Helm für dich. Und ein Eisenschwert. Find' ich nicht cool. Super Risk. Ich muss den Typ jetzt erstmal klatschen. Ach, scheiße. Da ist dieser Typ mit dem starken Schwert. Ja, okay. Okay, come on, boss. Das sollte ich selber tanken. Also... Hast du deinen Helm? Come on, Jaylee! Ist es tankbar? Also, es ist schon tankbar auf jeden Fall. Ich hab's ja auch geschafft, aber... Ja, tankbar ist es auf jeden Fall. Ein spannender Fight wenigstens. Ich glaub' an dich. Brauche ich dir nur ein Combo? Okay, come on, boys. Ah, nee, ich krieg's grad nicht hin, ihn einzubauen. Wie ist das? Das sind vier Minuten. Okay. Okay, GG. Ja. Okay, komm schnell zum Feed. Also, ganz weißes Eisenschwert für dich. Ich hab' schöne Sachen für dich. Musst du nur durchhalten. Da. Du hast ja gesagt kill'n. Okay, ich hab' ihn. Ja. Ja, er will halt Absinut staunken. Ich wird getrappt. Ich hab' ein bisschen... Wie bist du? Ich kann nichts machen. Ich wurde getrappt. Echt? Ja, Junge. Ich hole gleich. Ich hab' ein dummes Kind, Alter. Okay, kommen wir zum nächsten Fight. Woah... Auf jeden Fall, Bruce. Ich weiß nicht, I remember you heißt das Lied, ne? Ich hätte von so ein Orwen, das ist echt pervers, man. Lie not, please. Jutan, macht Spaß. Okay, ich hatte gerade übel Schiss, dass ich keine zweite Dings habe, keine zweite Schwert. Das wäre mein Untergang gewesen. Du bist ja immer so peinlich gewesen, wenn ich jetzt kein zweites Schwert. Also du gewinnst die Uni, oder? Ähm, ja, ich hoffe mal. Mal gucken. Wie viele Spieler sind denn noch drin? Fünf. Okay, GG. Ey, nein. Direkt zum nächsten Pferd. Sorry, dass ich jetzt zoomen muss. Oh, Kabo. Ich glaube jetzt an dich, du musstest das einfach schaffen. Ich schaff das, junge Legend. Guck mal, Junge, ich verteile die Kombos. Weil es gab ja gute Fights und sonst hättest du die einfach hochladen können. Weil, ich meine, wenn es gute Fights ist. Okay, Boys. Was ist mir da zu ungefähr, ich war sie. Okay, ich weiß, was ich dir. Oh, meinen Mann. Ist das einfach fertig? Mein Mann. So 2018. Ja. Hallo. Hallo. . Okay boys, das wär jetzt mein Win. Auf jeden Fall ein Recurved oder eins Recurved, keine Ahnung wie man's auf jeden Fall ausspricht. Gönnt mir jetzt noch den Win. Und ja, was machst du, Tiki? Ah ja, springt rein. Bro. Ah, okay. Okay. Legende, Digga. Er ist ne Legende. Eins Recraft. Come on, bro. Okay, auf jeden Fall, boys. Hoffentlich hat dir das Video gefallen. Und, oh mein Gott, ich hatte echt so viel Pech, ne. Ihr müsst euch vorstellen, ich wurde einmal getrappt. Dann wurde ich einmal vom Hacker gekillt, der hatte Autosupt. Dann wurde ich zerteamt. Und ja, das waren meine drei Tode. Also, ich hatte echt auch nochmal Pech. Und Runde gewonnen. Danke an dich, nochmal ein Recraft. Richtig korrekt, Digi. Und ja, hoffe dir hat das Video gefallen. 50 Wins sind jetzt am Start. Und ja, okay, haut rein, Leute. Und bis zum nächsten Video und haut rein. Tsch, tsch, brrrr. Tsch, tsch.